so du wirst mal geblendet jetzt kommt die wange die wange den trick haben sie auch drauf ein bild für götter zwei handlungsunfähige tempel die nichts tun können erst mal gucken hat er was interessantes dabei noch eine karabinerüstung will ich die eine reicht erst mal meine taugt sie gar nichts dann eben von hier noch erlebt noch mocklanze traut man den kleinen kerlchen eigentlich gar nicht zu dass die mugel kämpfer haben können also schwertkämpfer so ich hoffe der trifft die vier schaden reichen die 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 kombo probieren das ist nicht schlecht definitiv nicht schlecht was kommt denn jetzt ey du bist verwirrt wieso greifst du nicht deine eigene leute an ok aber ich hätte mit moblau noch den weisen noch ein bisschen behindern können wenn wir eben kröten geht doch So, du wirst erst mal zerlegt. Okay, der dürfte ja nicht viel treffen. Oder doch. Hm, nein. Jux. Das ist mies. Da will man schon kontern. Nein. Aber er lebt noch. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens noch einer mit in die... Ja, sehr schön. Weiß mag ja, Combo for the win. Wenn ich mit dem Fernkampf kommen würde, steigen die beiden mit ein. Haut rein. Jetzt hoffe ich, dass Vasil bald drankommt, dann kann er ihn in den Trank noch verpassen. Wie süß. Ein Schaden. Hm, okay. Sollen ja auch nicht verkehren. Ich nehme nicht erst mal hier eine Feuerpeitsche auf den hier. Dann ist der nämlich schon mal gewaltig entschärft. Wenn es mal treffen würde. Malta darf wieder den Todesstoß setzen. Schuss. Ja, Schuss. Mit der Combo vorbereitet. Mit der Scharfschütze hinterlegt. Wunderbar. Ein Mega-Heiltrank. Ich hoffe, ich habe jetzt gegen kein Gesetz... Nein, da habe ich nicht gegen kein Gesetz verstoßen. Michaelow. Puh. Ertrank kam keine Runde zu früh. Wirklich nicht. Ob der mit zweiten Namen Erich heißt? Kästner, ihr versteht. Ich würde erst mal der zu Klumpke hauen. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020